okay mache ich das noch mal mit dem decomposer ich glaube ich wandel erst mal das eisen was wir haben aber übrigens du kannst die fässer auch speichern also dass er dann halt sagt okay das fast kann nur noch das zeug rein und selbst wenn alles aus dem fass rausnimmt ist das immer noch drin also dass er immer noch weiß da kommt nur das rein okay habe ich mal so gegen das mit diesem job besser abzubauen oder schneller ich weiß es nicht in der schere oder wie hieß denn das ding eigentlich genau ja wo mit der schere kriegst du denn da die strings raus ich weiß es nicht oder weil das sind ja nur vier sticks ja jetzt mache ich mir mal gerade kannst natürlich auch einen schwert geht es natürlich auch schon flott aber also flott her flott auch nicht ich habe meinen geraten stack eisen hergestellte toll meinst du mit dem stack eisen damals anfangen steck ja können einmal machen auch ja komm wir stehen jetzt aus dem ganzen eisen was wir haben einmal her ist das cool zwischendurch wachsen die bäume noch mal wieder nach und hoffentlich in festen die sich gleich mit doch die entfesten sich weil die dann entfestet sind gibt es dann wo ist denn dieses in fest mach mich nicht an ich mach dich gleich aus so wir haben fast zwei stecks mit eisen das reicht es werden schlechter man ja gut wird sie werden schlechter man merkt dass wir schon länger spielen da so lange ist das jetzt auch nicht also wir sind wahrscheinlich jetzt schon bald im februar aber so lange ist das doch nicht ja das sieht wirklich voll cool aus hier mit dem wald das können wir eigentlich als riesigen sauerstoff collector verwenden wenn das alles komplett gewachsen ist ja ich gucke mal was sonst so die rohstoffe machen auch ja so ein bisschen was oder kruck ist kaputt der krug der krug der krug ist und feier war jetzt im burning ring of fire burning cooler fire oh ja schön die anderen in festen sich auch gleich wieder das heißt es ist jetzt joe bheb es hier alles gewachsen ist das ist doch praktisch der hammer ist gleich kaputt und kaputt einmal zwei koppelstern da haben sie auch auf dem weihnachtsmarkt mal ganz komisch geguckt wenn man so sagt zum beispiel so einmal zwei spieße bitte oder einmal zwei glühwein da kann ich nicht nachvollziehen warum man da komisch gucken muss verstehe ich jetzt auch gerade nicht so sand den machen wir noch mal kleiner also durch die chemie bekommen wir gerade mehr als durch sieben also das mit dem sieben ist ganz nett aber der koppelstern ging es beachte mehr allerdings das sieben bringt halt auch tin und so ein zeug und das bringt das koppelstern gedöns eben nicht auch wenn jetzt hier die ganzen liefs weg sind wenn ich hier gleich wie eine spitzhacke rein machen müsste der doch rein theoretisch die restlichen bäume abpacken in der theorie ist ebenso ja probieren wir doch gleich mal aus wenn ich hier nicht alle weg habe kommt gleich hier gar nicht mehr überall ran weil hier baumstamm an baumstamm steht so wir haben 19 stecks natrium was macht man mit so viel natrium natrium chlorid ach du willst wieder die eier leisen das war nur ein vorschlag du hast gefragt was man machen kann ach so jetzt schiebst also wieder alles auf mich aber selbstverständlich gehst du doch äh äpfel ach das abhacken ist ja wahrscheinlich wieder genauso spannend wie damals als ich dieses loch hier ausgewühlt habe dieser raum ist einfach nicht gut geeignet für das let's play die baumfarm ist übrigens ziemlich am leiden am leiden ja am leiden wieso und weil ein meteor so ein teil von der kante weggerissen hat ernsthaft ja aber da stand da stand keine bäume aber hat einfach mal so stück mitgerissen wenn ich dass da zombies hochlaufen können wir haben da keine tür oder sowas nieder kann nichts hoch das ist immer noch hoch genug denke ich es sei denn es hilft was eine spinne ich glaube ich spinne du könntest natürlich auch mal nachgucken wie chemische summen formel von der wolle ist das könnte ich tun aber jetzt habe ich ja gerade erst mal ab bist du der hackfleisch hacken der zerhacker dann gucke ich mal wie das hier aussieht nein nein bloß nicht kannst du gleich mal tun nee das ist schon ziemlich cool man braucht glycerin und titaniumdioxid also titaniumdioxid bekommt man halt aus bonemiel und glycerin sind sc2h5no2 ja ich glaube da ist es leichter wenn du da jetzt einfach mit den strings so weiter machst scheint irgendwie so alles nebenbei zu laufen nicht besonders schnell aber es läuft das ist doch super so ich gebe jetzt dem mal seine hacke wieder hier mal gucken ob er wenn er das abhackt aber dennoch die fäden mit abhackt ja also ob er die denn auch kriegt ich habe gerade die idee wollen wir noch etwas länger aufnehmen was hast du vor das kannst du ein bisschen schöner machen was kann ich schöner machen dass ich das hier schöner mache du kannst das schöner machen ja was was möchtest du denn schöner machen generell der wohnraum hier ach so ja das ist natürlich eine gute sache ich glaube er nimmt keine mit ich glaube sogar dass er die gar nicht weg hackt ok kann sein weil das ist ja danach auch das dann vielleicht einfach nicht mehr so als baum erkennt ach lassen war ein noch hier vielleicht in fest sicher der rest wieder müssen nur kontakt miteinander haben ja seine axt ist kaputt zum beispiel die ich mache es mal oben die oberfläche so ein bisschen damit da vielleicht wenn da was einschlägt das nicht so viel schaden macht ich glaube kopp ist um das feste als mundtürf obwohl eigentlich sind wir mehr unten dann sollte ich erst da erst so was machen wenn man unten ist ja auch sie lassen wir die stumpfen hier mal stehen oder man kann ja auch so machen das miese ist dass man jetzt erstmal wieder alles abreißen muss damit man überhaupt alles hinsetzen kann dass du was dass man erstmal alles kam ja leider nicht mehr dass man erstmal alles abreißen muss bevor man was neues hinsetzen kann das ist ja sehr schwierig ja hier guck dir das mal wo bist du hier so ein boden large cobblestone teils teils für dich teils ja zum teil teils ist ja du erstickst fuck dass das ja wohl noch nicht wahr sein alter ich habe überhaupt nichts mehr dabei tschüss stimmt da war ja was aber es ist schön dass man dir der schüssel den koppelstuhl halt ordentlich aussehen lassen kann ja so dann seit hier ich jetzt einmal gerade ganz kurz und dann dann sollte ich das mal wieder auf ja 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 ja